einen schönen guten tag für euch für euch alle nummer 414 heute ist montag pfingst montag der 24 mai 2021 ein kleiner pfingst bericht von erich kästner ein tag waren sie zu pfingsten auch verreist nee na hören sie mal ist eine sünde wir sind weg gewesen mit frau feist wie meist etwas hinter links von warnemünde so eine sonne und die hat geschienen seeluft und bis früh um fünfe schwuff bloß die leute bloß die leute heute sage ich ihnen die waren doof so was doof ist ausgerechnet pfingsten heiliger geist und so nicht im geringsten und da sage ich noch zu frau feist solche sachen wie die sache mit dem ausgestoßen im geist sollte der himmel öfter machen während mich beim lachen übe denn man ist es ja ja nicht mehr gewöhnt haut mir plötzlich einer auf die rübe meine liebe dass es dröhnt frohes fest denke ich und fall um rund ein stündchen habe ich deswegen lang gelegen blass und stumm und ich dachte schon nur bleibe ich dumm wer es war das ist schwer zu sagen ist ja auch im grunde einerlei edle teile gehen nicht in zwei bloß das schädeldach ist angeschlagen und vielleicht war es die polizei wer nicht weiter ungewöhnlich hat gedacht ich bin der erste mai persönlich erich kästner hat dieses gedicht geschrieben im rahmen seines zyklus ist der montags gedichte der eine zeit lang gemacht zwischen 1928 und 1930 und das hier hat er geschrieben am 21 mai 1929 und da gab es am ersten mai 1929 in berlin schwere zusammenstöße zwischen der polizei und demonstranten und die polizei ging ganz schön brutal vor an dem tag und es gab echt tote und verletzte und das war eben der erste mal jetzt haben wir ja pfingsten pfingsten passiert sowas ja nicht der aus die ausschüttung des heiligen geistes findet da statt ja was auch immer das ist aber so scheint es ja gewesen zu sein ich wünsche euch noch einen schönen freien tag es ist nicht überall frei in finland zum beispiel ist der montag nicht frei es ist immer noch kühl für die pflanzen gar nicht so schlecht dann explodiert das wie gesagt nicht alles weiß nicht ob es regnet aber die sonne war nur ganz kurz da heute morgen also nochmals einen schönen tag und bis morgen